So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge. Eigentlich bin ich gerade nebenbei hier am Restling gucken, WWE Legends mit Stone Cold Steve, Austin, Hell yeah, Austin 360, I just whooped your ass. Jetzt habe ich gerade eine Meldung gesehen, das nächste Event ist nämlich angekündigt, die ganze Zeit sind ja die Spekulationen schon da, was kommt nach Boreos? Man ist sich jetzt irgendwo fast schon einig, dass man mittlerweile denkt, okay, jetzt war Kapuriki da, zwei Wochen, plötzlich kommt die Tiergeistform von Boreos mit Shiny-Einführung eine Woche. Danach wird der nächste Kapu kommen, Kapu Falla, vielleicht für zwei Wochen. Dann vielleicht die nächste Tiergeistform mit Shiny-Einführung, also Voltolos oder Demeteros. Dann vielleicht der nächste Kapu, dann das letzte Tiergeist-Förmchen mit Shiny-Einführung und dann der allerletzte Kapu. Wird auf jeden Fall passen zur ganzen Alola-Season. Jetzt ist es auch bestätigt, also ab Dienstag nach Boreos, seiner Tiergeistform, kommt Kapu Falla in die Raids, in die Fünfer-Raids. Nicht Shiny. Und, naja, wird wahrscheinlich wieder sehr ruhig und gemütlich zugehen. Aber es gibt andere Shinies, die released werden bei diesem Event und das gucken wir uns jetzt an. Schatten-Dschungel-Event in Pokémon GO mit Waumball, Imantis, Kapu Falla, einem Rampenlicht-Wochenende und mehr. Wir kennen ja die Rampenlicht-Stunde, aber ein Rampenlicht-Wochenende ist jetzt auch das erste Mal. Schatten-Dschungel-Event am Dienstag, den 22. März von 10 Uhr bis Dienstag, den 29. März um 20 Uhr. Ortszeit. So lang geht das Event. Wie lang geht jetzt also Kapu Falla? Das wäre eine Woche. Wäre komisch, wenn Kapu Riki zwei Wochen da war und Kapu Falla nur eine Woche. Aber das ist erstmal das Event. Das Event mit Spawns, mit Raids, mit allem möglichen. Rampenlicht-Wochenende in Parks zum Schatten-Dschungel-Event. Vom Samstag, den 26. März um 10 Uhr bis Sonntag, den 27. um 20 Uhr. Trainer, euch erwartet ein ganzes Rampenlicht-Wochenende zum Schatten-Dschungel-Event. Am Samstag, den 26. und Sonntag, den 27. wird Waumball häufiger in Parks erscheinen. Zum ersten Mal in Pokémon Go könnt ihr mit etwas Glück sogar schillernden Waumball begegnen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt aussieht in Shiny. Waumball auf jeden Fall ein nettes Pokémon vom Typ Fee, was man im Minicab, also Fee-Pflanze so ein bisschen, aber mit Charme. Charme hat das auf jeden Fall immer alles wegrasiert im Minicab. Aber mit Waumball habe ich das allererste Mal mein allererstes Wrestling-Pikacho geholt. Damals sehr cool. Neues Pokémon also. Wird zum Schatten-Dschungel-Event als Shiny eingeführt, aber über das Wochenende dann also vermehrt spawnen. Ein ganzes Rampenlicht-Wochenende. Wollen die wirklich das ganze Wochenende überall nur Waumball sitzen haben? Das wäre auf jeden Fall mega krass. Denn Waumball würde es auch in einer Raids geben, aber wenn das so extrem stark in der Wildnis dann auftaucht, dann braucht man auch keine Einer-Raids davon hosten. Oder? Eigentlich nicht. Pokémon-Debü... Äh, Debüts. Imantis, das Gras-Sichel-Pokémon, und Mantidea, das Blumensichel-Pokémon, geben ihr Debüt in Pokémon Go. So, also Imantis und Mantidea sind auch neu dann da. Brauche ich natürlich dann auch wieder als Lucky-Pokémon für meine Lucky-Decks. Ähm, sind das jetzt zwei eigenständige Pokémon? Sieht so aus. Braucht man also... Ja, kann man mitnehmen. Gras-Sichel und Blumensichel. Außerdem zeigt sich Cabufala, der Schutzpatron der Insel Acala, ebenfalls zum ersten Mal. Das auch Cabufala hier, sieht man da. Alle haben mit gerechnet, und jetzt ist es also offiziell. Es wird eine weitere Spezialforschung geben zur Insel Acala in der Alola-Jahreszeit. Es wird eine befristete Forschung geben. Ihr habt ja sowieso immer im Heute-Tab auch Fangherausforderungen. Ihr habt andere kleine Aufgaben. Dazu gibt es an sich jetzt noch nicht so viel. Als Belohnung für die abgeschlossene Forschung erhaltet ihr Items und könnt noch dazu verschiedenen Event-Pokémon wie Imantis begegnen. Ist ja eigentlich immer so, dass gerade die Sachen, die neu da sind, man dann direkt einmal auch aus dieser Forschung bekommt. Was sind die Spawns jetzt aber in diesem Event? Ab Dienstag 10 Uhr. Die Spawns ab Dienstag 10 Uhr. Wir haben hier Safcon. Warum hätten sie nicht Raupi? Hätten sie Raupi dahin gemacht? Ich wäre übelst glücklich gewesen. Nein. Safcon. Nicht Shiny. Paras. Shiny. Owei. Shiny. Huthut. Shiny. Mogelbaum. Shiny. Kastatur. Shiny. Und Imantis. Äh. Ja, wo ist das Gras-Sichel-Ding hier? Mantidea. Nicht wild oder was? Warum? Hm. Auf jeden Fall. Also, Imantis, neues Pokémon. Aber natürlich nicht Shiny genau wie Safcon. Was habt ihr sonst da? Mogelbaum ist ein cooles Pokémon. Kastatur ist an sich ein selteneres gewesen, was man jetzt als Shiny sich noch mitnehmen könnte dann. Äh. Für die, die es noch nicht haben. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Waumball und Pinsir. Pinsir auch richtig genial, weil Pinsir ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung bekommt. Ein feines Pinsir ist auf jeden Fall sehr cool. Früher hat man sogar gegen Mewtwo Pinsir eingesetzt. Mit Käferattacken und allem drum und dran. Da vielleicht ein paar XL-Bombomens sammeln. Waumball Shiny jagt. Äh. Sieht also ganz nett aus. Neues Shiny, neues Pokémon. Cooles Pokémon mit Pinsir. Also alles vertreten. Raid-Kämpfe. In den Stufe 1 Raids. Für Njochen gibt's immer noch Knofenza, was auch Shiny sein kann. Tangela. Stravickel. Waumball. Was eben Shiny sein kann. Stravickel nicht. Stufe 3 Raids. Smetbo. Giflor. Parasek. Kokowai. Stufe 3 Raids könnt ihr eigentlich komplett links liegen lassen. Ist eigentlich jetzt nichts krasses dabei. Kokowai. Meiner Meinung nach noch mit das nützlichste Pokémon von denen. Aber kann man ja auch so einfach entwickeln. Gab's letztens erst wieder die O-Wai. Rampenlichtstunde. Also da müsst ihr jetzt nicht unbedingt raiden. Raid-Kämpfe der Stufe 5. Kabofala. Steht dabei. Und Mega-Raids natürlich. Mega-Glurax. Es wurde ja auch schon angefragt, ob wir auch Mega-Glurax-Raids machen können. Oder so. Ich weiß nicht, wie der Zeit ist. Ist schließlich auch die Zeit, wo dann Jenna und Bianca da sind. Und da sind wir viel auf Achse. Trotzdem. Kabofala. Joa. Werden wir einen Community-Raid machen. Die Raid-Stunde ist ja eh dann die Raid-Stunde. Und fürs Wochenende mal Kabofala-Raids. Für alle. Wird schon drin sein. Pokémon bei Feldforschungen. Pokémon bei Feldforschungen. Raupi. Jetzt müsst ihr Raupi. Was dann Shiny sein kann aus den Feldforschungen. O-Wei. Sonnenkern. Waumpel. Samurzel. Waumbol. Kastatur. Imantis. Hm. Sehe ich immer noch nicht das andere? Oder ist das andere doch die Weiterentwicklung? Wahrscheinlich ist das andere die Entwicklung von Imantis. Und deswegen kriegst du das nicht so. Sondern musst es halt entwickeln. Hätten sie aber oben wenigstens mal dazu schreiben können. Für einen Unwissenden wie mich. Der die Alola-Pokémon und das ganze Zeugs gar nicht kennt. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Paras. Parasek. Wo man nochmal anmerken muss. Paras. Ja gut. Für die Sternstaubjäger ist Paras natürlich jetzt Gold wert. Weil Paras auch erhöht Staub gibt. Also Paras. Sollte man auch jedes mitnehmen was man findet. Feldforschung mit Paras sind also ganz cool. Ansonsten. Ja braucht ihr da eigentlich nichts aus den Feldforschungen. Wer noch ein bisschen Mega-Glurak-Energie braucht. Sollte sich die gönnen. Kann man aber auch eigentlich aus Feldforschung bekommen. Mittlerweile. Kabufalla. Braucht ihr eigentlich auch nicht unbedingt machen. Vielleicht für den Pokédex-Eintrag. Dann vielleicht wenn es zurückkommt. Obwohl die täglichen Pace könnte man schon dafür nehmen. Aber ansonsten bei Raids wüsste ich jetzt nicht. Wer Waumball-Shiny jagen will und keins in der Wildnis findet. Könnte Waumball-Raids machen. Ansonsten wirkt das erstmal nicht so gefährlich. Sondern eher ein bisschen überschaubar. Und man hat kleine Ziele. Ich werde also ein bisschen Sternstaub farmen bei Paras. Ich werde gucken dass ich das neue Pokémon. Das Imantis als Hunderter bekomme. Und auch als Lucky. Ich werde gucken Waumball-Shiny mir zu gönnen. Und Pinsir XL. Und damit bin ich dann zufrieden. Was sind eure Favoriten? Auf was freut ihr euch beim Schatten-Dschungel-Event in Pokémon GO? Feiert ihr das neue Pokémon? Feiert ihr den neuen 5er Raid-Boss? Feiert ihr die Shiny-Einführung von Waumball? Was sind eure Ziele? Auf was werdet ihr jagen? Und was denkt ihr was kommt nach Kabufalla? Etwa Voltolos Tiergeist Shiny? Oder Demeteros Tiergeist Shiny? Wir sind gespannt. Mal gucken ob das jetzt wirklich dann mit dem Event verschwindet. Oder noch eine Woche. Danach bleibt. Ich finde das trotzdem irgendwie. Naja. Würde gerade so aussehen als wäre das wirklich nur die eine Woche da. Aber ich glaube trotzdem der ist zwei Wochen da. Aber dazu gibt es dann irgendwann wieder nähere Infos. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Tschüss. Vielen Dank.